Guten Morgen, das ist Ihr Versicherungsfunk-Update für Freitag, den 6. Mai, präsentiert von die Bepro, die Lösung für Bestand und Provision. Was den Deutschen beim Immobilienkauf wichtig ist. Besonders wichtig sind den Deutschen beim Eigenheim ein Garten, 73% und die Nähe zur Natur, sowie eine Mindestwohnfläche und Zimmerzahl jeweils 70%. Da bekanntermaßen das Automobil das Deutschen liebsten Kind ist, rangiert die Verkehrsanbindung mit dem Auto ebenfalls unter den Top 5. Am häufigsten verzichten Immobilienkäufer auf einen Carport, 42% und auf die Nähe zu Freunden und Familie, 38%. Etwa ein Drittel musst du beim Kaufpreis Abstriche machen und mehr bezahlen. Concordia baut Composite IT um. Die Concordia Versicherung will gemeinsam mit dem IT-Dienstleister MSG NextInsure an der Anwendungslandschaft Composite Schaden schrauben. Die Transformation soll Ende 2022 starten und die Bereiche Bestands-, Vorgangs- und Schadensystem sowie eine Produktmaschine, ein Kassosystem und Partnerkomponenten umfassen. QBE ernennt neuen Director of Insurance. Beatrice Valenti übernimmt Mitte Juni die Rolle als Director of Insurance bei QBE Europe von Andrea Brock, Hauptbevollmächtigter des QBE Europe, die diese Position interimistisch innehatte. Valenti war zuletzt bei Zurich als Head of Commercial Spain, CEO Global Corporate Spain tätig. NeoDigital kooperiert mit BGV. Die Versicherungsgruppe BGV Badische Versicherung startet ab sofort mit einer volldigitalen Fahrradversicherung. Als Risikoträger fungiert die NeoDigital, die das Produkt als White-Label-Lösung zur Verfügung stellt. Talans mit guten Ergebnissen im ersten Quartal Die Talans-Gruppe ist in den ersten drei Monaten bei den Beitragseinnahmen deutlich zweistellig gewachsen und hat zudem ein gutes Konzernergebnis erzielt. Die gebuchten Bruttoprämien erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahresquartal um 16,5% auf 15,9 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis EBIT steigt um 5 Millionen Euro auf 630 Millionen Euro. Das Konzernergebnis liegt aufgrund einer höheren Steuerbelastung etwa 21 Millionen Euro unter dem Vorjahreswert von 277 Millionen Euro. Canada Life startet Spendenaktion für Vereine Die Spendenaktion Machtmöglich des Lebensversicherers Canada Life startet zum sechsten Mal. Insgesamt sollen 51.000 Euro an 60 gemeinnützige Vereine ausgeschüttet werden. Ab sofort können sich gemeinnützige Vereine aus Deutschland unter www.machsmöglich.canadalive.de für eine Spende bewerben. Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 13.06.2025, 16 Uhr. Und das war Ihr Versicherungsfunk-Update für Freitag, den 6. Mai, präsentiert von EBITRO. Die Lösung für Bestand und Provision.